ich begrüße dich zu meinem neuesten youtube video endlich wieder einmal ein video von mir genau ich bin ja vor allem eigentlich auf instagram sehr aktiv und dachte mir nachdem irgendwie in den letzten tagen verschiedene follower mehr auf youtube zu mir gelangten dachte ich mir da muss ich wieder mal ein ein video machen ich hatte schon auf instagram ein tv gemacht und werde jetzt halt jetzt hier auf youtube nachholen und zwar geht es um diese rosen die ich mit einem schwert pinsel erstelle und da werde ich dir ein bisschen tipps und tricks geben wie man mit dieser schwertspitze am besten diese rose hinbekommt genau was sie dazu braucht ist natürlich irgendwelche aquarellfarben ich benutze hier diese von van gogh das ist dann eine relativ neue palette die ich habe und ja ich finde die halt mega cool darum werden wir auch jetzt im moment dafür für dieses heutige video diese zwei farben benutzen das indigo und ein magenta pink ja und sie sind doch irgendwie wunderhübsch diese farben genau genau da habe ich noch andere neue palette die gibt es noch in vibrant colors genau ganz sehr leuchtende farben die sind auch mega cool oder die habe ich schon länger mit den pinken und violetten farbtönen genau da da liebe ich besonders diese zwei farben ja muss ich auch wieder mal etwas machen genau und wer es interessiert da ich ja verschiedene van gogh aquarellkassen habe und die alle gleich ausschauen habe ich damit mit dem ipad oder mit dem prograde app habe ich diese schriftzüge erstellt und dann mit meinem plotter mit ganz coolen seht mal wie das schön funkelt mit den coolen folien habe ich die ausgeschnitten das gefällt mir auch sehr besonders ja genau das nur am rande sie eigentlich nur ein kleiner hinweis wie man das machen kann wenn man noch verschiedene von gogh farbkassen hat genau so was sie auch noch braucht eben hat diese aquarellfarben ob ihr die nehmt oder irgendwie eine andere marke ist ja dann egal hauptsache aquarellfarben hier brauche ich noch auch vom von von gogh diese aquarell das dieses aquarellpapier ich finde die einfach mega toll das preis leistungsverhältnis stimmt für mich wirklich bei diesem papier ist relativ günstig sage ich mal und ist auf allen seiten geleimt das finde ich noch wichtig vor allem wenn man dann hat mit viel wasser aquarelliert genau so also was ich auch immer habe ich so ein küchenpapier haushaltpapier wie auch immer ihr das nennt und eben natürlich diesen schwert pinsel den habe ich jetzt vom bb ich muss ehrlich sagen ich habe sonst irgendwie nirgends solche schwer pinsel gesehen es ist wahrscheinlich schon etwas rar zum die finden aber genau vom bb habe ich den iris es ist wahrscheinlich diese serie die iris heißt ich weiß nicht einmal die nummer 6 genau das ist der mittlere und es gibt soviel ich weiß also die habe ich auch einen kleineren und noch ein grösser die nummer 6 ist das der mittlere den wo ich habe genau so fangen wir an ich würde sagen das sind diese zwei farben die wir jetzt hier brauchen sie sollte auch wieder etwas heiß wobei bei uns nicht mehr so heiß wie in den letzten tagen was ich natürlich sehr begrüsse aber die farbe zocken doch sehr schnell ein aber das ist ja kein problem bei aquarellfarben da kann man einfach wieder die relativ schnell aktivieren die pigmente werden nicht schlecht wenn sie eingetrocknet sind daher braucht man wirklich sehr wenig farben darum sind diese näpfchen auch immer eher klein falls ihr das mal wo ich gefragt habe genau so also wir starten hier mit dem indigo indigo geht ja immer oder in die kommentare schreiben ob ihr auch so ein indigo genau nehme ich das hier in den pinsel jetzt muss ich mal schauen wie viel wie viele farbe ich wirklich im pinsel habe weil es darf nicht zu viel sein weil sonst gibt es nur so ein blog also zu anfang werde ich sowie zwei halbkreise zeichnen da braucht man den shape vom von diesem schwert pinsel noch nicht wirklich dann später werden wir dann wirklich mit diesem spät pinsel also mit dem shape hat sehr gut diese diese blütenblätter imitieren geht halt wirklich einfacher mit diesem pinsel aus mit einem normalen pinsel aber das sehen wir dann genau also ich fange an mit zwei kreisen die sich so ineinander hinein ich schaue hier auch wirklich dass dass ich hier diese diese leeren die leerstelle also einfach da die das weiße das ist ja schon sehr typisch beim aquarell dass man diese weißen stellen halt behält zu mich wieder mal ein bisschen weg wobei nein ich zeige sonst zuerst mal wie diese blütenblätter funktionieren also am anfang ist es natürlich noch ein bisschen schwer weil am anfang will man nicht gerade gerade so ganz große blüte blätter blütenblätter malen sondern man muss ja ein bisschen sanft mit dem druck umgehen also ihr seht dass ich den pinsel das runde nach unten dreh also nicht so sondern nach unten jetzt setze ich hier ein bisschen an ich verbinde eigentlich hier das mit dem mit den zwei kreisern und dann lege ich den pinsel wie so ab also ich gebe ein bisschen druck aber nur wenig und schnell weil das erste blütenblätter so nicht so groß werden ja man hat es wahrscheinlich nicht so fest gesehen warum ich finde es hat hier ein bisschen zu viel farbe oder es ist zu viel wasser habe ich so ein bisschen gut gemeint ja ich zeige euch das nochmal also ich verbinde das mit dem anderen blütenblatt lege den pinsel wie ein bisschen hin und nehme den druck wieder weg und werde dann wie so kleiner ja jetzt sieht man das ist so der der vorführeffekt ich muss ich muss euch wieder ein bisschen wegzummen weil das irritiert mich fast ein bisschen zu sehr so ich probiere das noch mal weil jetzt ist es da so ineinander hinein gelaufen und das ist natürlich nicht der effekt den ich erzielen will also das ganze noch mal das passiert natürlich immer wenn man es aufnimmt das ist schon klar also ich gebe druck nehme den druck weg und dann werde ich wieder klein jetzt habe ich den pinsel ein bisschen so ich gebe druck und nehme den druck weg ja es funktioniert wirklich nicht so gut aber ihr seht es gibt manchmal rosen die klappen wunderbar manchmal also was ich auch tue ist dass ich zum beispiel hier in die farbe gehen und in die spitze des schwertpinsels nehme ich von der anderen farbe in die spitze auf was ich gehe nur hier ein bisschen in die farbe und kannst so dieser effekt erzielen ja man sieht sich nicht vielleicht nicht so gut ich schaue mal hier hinten hat es ein bisschen ist es ein bisschen dünker geworden naja irgendwie funktioniert es echt nicht so naja also aber jetzt habe ich haben wir immer die die blütenblätter gestoßen jetzt kann man die blütenblätter auch ziehen je nachdem was euch besser klingt und zwar setze ich da auch wieder an und der pinsel ist jetzt auf der andere seite vorher haben wir so die blütenblätter gemacht jetzt machen wir den pinsel und zwar wieder klein oder schmal geben wir druck und nehmen den druck wieder weg und hier sieht man auch besser den effekt ich habe jetzt zuerst indigo auf den pinsel gehabt und habe von dem magenta auf die vorderste spitze pigmente aufgenommen jetzt ziehe ich das nochmal also das ist zuerst wenig druck mehr druck den druck wieder wegnehmen und wieder klein werden und ich bin so jemand der der muss das papier immer drehen zu leid lesen von euch weil ihr da nicht alles sieht und zum teil lege ich wirklich den pinsel fast ganz ab also ich benutze wirklich den shape versuche ich dann wie auszunutzen und irgendwann hört man wie auf weil die rose schon zu groß ist was man auch tun kann gerade die außenblätter die ist einfach in einfach in das wasser zu tun kann und wie so auslaufende blätter zu machen und dann kann es schon so ineinander hineinfließen dann ist es so ein bisschen noch so das typische aquarell halt genau aber ihr seht je nachdem wie ich diese blüteblätter mache halte ich den pinsel so oder ich drehe den also jetzt machen wir nochmals eine nochmals eine zusammen ich glaube so das prinzip ist so klar eigentlich also klar es ist natürlich schon so dass es auch übung braucht also ihr seht ich habe das irgendwie auch schon länger sind nicht mehr gemacht und dann manchmal ist es auch nicht gelingt es nicht das erste mal passiert also mir auch genau genau oh gut da habe ich doch sehr viel farbe und pinsel schon sehr dunkel einfach ein bisschen und wie ihr seht es muss nicht unbedingt perfekt perfekt sein sondern ich glaube die rose lebt auch davon dass es nicht immer immer gleich ist das ist auch wirklich schön jetzt nehme ich da ein bisschen die pigmente und mit der farbe spielen kann und je grösser der unterschied zwischen den zwei farben die nehmt das jetzt in meinem fall indigo und pink ist doch schon sehr ein großer kontrast desto mehr spielen die farben miteinander jetzt mache ich da noch ein bisschen jetzt mache ich da noch ein bisschen noch die hellen blätter und ich bin ja freund von drei rose oder von ungrad ich mache immer ungrad so die sachen also drei drei meistens drei aber jetzt habe ich hier mein pink ein bisschen versaut mit dem indigo braucht es wieder ein bisschen mehr pink hier so alles auf neu ja und ihr müsst selber herausfinden was jetzt besser ist ob ihr jetzt zieht oder stösst das ist irgendwie so ich mache das immer irgendwie abwechslend ich kann gar nicht sagen was ich jetzt besser finde habe ich gesagt gut jetzt hatte ich sowieso das papier auf meinen händen und ihr seht das funktioniert also auch aber eher weil damit es einfach ein bisschen besser sieht so da habe ich jetzt doch schon sehr viel farbe in der hose muss ich jetzt da wieder mit mehr wasser ein bisschen auslaufen lassen so die sind doch hübsch jetzt können wir noch ein bisschen blätter hinein nehmen da finde ich hier dieses grau passt ja super schön da und vielleicht ein bisschen das grüne das grüne ist hier so ein sumpfgrün oder so ja ich muss einander pinsel nehmen der ist nicht so nimmt nicht so viel farbe auf so und hier das graue und hier das graue und hier das graue so also bei den blättern ist es eigentlich auch so dass wir was wir diesen uns zu nutzen machen also man nimmt hier ein bisschen farbe und je nachdem wie ich den pinsel halte wird wird das blatt also jetzt halte ich den mal so dann ist zuerst dünn gebe ich den druck drauf und dann drehe ich den pinsel ja jetzt habe ich nicht so viel farbe ich kann den ton nehmen jetzt habe ich nicht so die beste farbe man sieht es eigentlich fast nicht dann finde ich das hellere grün nehmen hier ja ok probieren wir das nochmals also dünn dick drehen drehen also den pinsel drehen dünn dick und drehen und drehen so in etwa jetzt habe ich den pinsel wieder gedreht seht ihr das prinzip also hier ist eigentlich vielleicht können wir das hier mal zeigen nur schrieb quasi ich mache mal mit dem indikum man sieht es vielleicht dann ein bisschen besser also wenn ihr der pinsel so hinlegt und einfach mal drauf druck drauf gibt und den pinsel so wie ein bisschen hoch stellt dann seht ihr eigentlich den shape schon hier ist es quasi grad und hier geht es nach außen und wenn ich den pinsel drehen sollte es eigentlich wie die andere seite geben ja es ist schwierig wie man das so zeigen muss ja und sonst es kommt wie es kommt irgendwie so druck drauf geben und dann hoch stellen ja genau grün und dann drehen wie hoch stellen so das ist eigentlich das prinzip ja das wäre es eigentlich ich werde hier vielleicht noch ein bisschen mehr blätter zaubern und ansonsten hat ja hoffe ich dass ihr das gut fandet dass das tutorial dass solche etwas nützt dass ihr jetzt alle irgendwo so ein schwerpinsel kaufen geht nein ich muss wirklich sagen es ist wirklich ein cooler pinsel gerade wenn man so florale sachen machen will oder eben diese diese rosen ist schon cool diese shape den man hinkriegt ist mit einem rund pinsel wirklich schwierig genau ich verlinke oder ich schreibe es bestimmt alle sachen unter dieses video die sachen die ich jetzt auch gebraucht habe ich freue mich natürlich über jeden daumen hoch über jeden kommentar vielleicht habt ihr noch irgendwelche fragen ja genau stellt mir die doch und dann hoffe ich dass ich dann wieder mal irgendwann wieder mal ein youtube filmchen drehen werde und sonst dann bin ich wirklich auf instagram mehr aktiv dort mache ich das auch videos etc und dort hätte ich meine anderen händler trink sachen oder aquarell sachen genau wünsche ich euch einen schönen tag einen schönen abend oder was auch immer und bis bald einmal tschüss